Professional Trading Seminar Friese und Kenzie Selzer und Kenzie Referent dr.d.selzer-mackenzie Convention Center in Atlantic City, New Jersey Siehe auch unter www.tradingseminar.de.vu Gesponsert von einem American-Australien-Banken-Konsortium und kostenfrei Der Eintritt ist frei Erfolgreiche Träder haben umfassende Konzepte.Handelsstrategien sind immer nur Bestandteile eines Trading-Konzeptes Ein Konzept beinhaltet beispielsweise auch die tägliche Vorbereitung auf dem Markt die Festlegung von Positionsgrößen und des Risikomanagements die Gewichtung von Long-zu-Schult-Positionen oder die Auswahl der Handelsinstrumente um nur einige zu nennen Alles Bestandteile unseres umfangreichen Trading-Seminars Als Voraussetzung für dieses Seminar sollten Sie Kenntnisse der technischen Analyse sowie eine langjährige Erfahrung im Handel mit Wertpapieren haben Sie entwickeln Strategien für Ihr Portfolio und wissen, wie man Risiken-Mana geht In diesem Kompakt-Seminar erlernen Sie den Eigenhandel nach dem Senktrade-Trading-Concept sowie den Umgang mit der entsprechenden Chart-Software Die Software wird Ihnen zukünftig die tägliche Arbeit erleichtern, denn sie scannt in Echtzeit die handelbaren Wertpapiere und erkennt Chart-Signale sowie Handelsstrategien vollautomatisch Unsere Broker arbeiten selbst täglich mit der Software Ein dreimonatiges kostenfreies Abonnement gibt's gratis dazu Grundsätzlich können Sie jedoch auch nach dem Senktrade-Trading-Concept handeln Der Referent Dr. Seltsang kennt Sie hier bei seinem Seminar im Juli 2011 in Taipei, Taiwan Hier können Sie die kompletten Seminarunterlagen und kostenlose Eintrittskarte bestellen Nach der Vielen Dank.